Hallo Freunde, ich möchte euch heute eine Fernschachpartie zeigen, aus schwarzer Sicht gegen die Orang-Utan-Eröffnung. Und die hatte es wirklich in sich, die hat mir super gefallen, deswegen hoffe ich euch auch. Los geht's! Gespielt wurde diese Partie, mit B2B4 anfangend, zwischen Nicklich und Junge, eine Fernschachpartie aus dem Jahre 1980. Denkt immer dran, 1980 gab es noch keine Supercomputer, damals musste er mit eigenem Gehirnschmalz und viel nachdenken und rechnen und probieren, seine Varianten dann eben auch begründen. Und wir werden gleich sehen, die hatten es in sich. Nun, zunächst einmal den Aufbau, den ich auch mit Schwarz spiele, den hatte ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, zur Orang-Utan-Eröffnung. Viele Spieler mit Schwarz mögen es nicht, einen Zentralbauern hier abzugeben auf E5. Ich mag das total sehr gerne, weil ich einfach eine super schnelle Entwicklung bekomme. So, Springer F6, die Figur entwickeln, schon bin ich mit der Rochade dabei. Ich kriege noch ein Tempo mit der Entwicklung auf diesem Läufer, den möchte der Weißspieler ja im Regelfall nicht abgeben. Und Rochade. So, und wir sehen, wir haben fünf Zügel gemacht. Ich habe die Rochade, ich habe drei Leichtfiguren draußen, ich habe Entwicklungsvorsprung. Ja, der Zentralbauer ist weg, aber dafür ist ja auch immerhin die E-Linie auf. Und dieser Läufer auf B4 fesselt den D-Bauern. Weiß hat es nicht ganz so leicht, sich zu entwickeln. Deswegen mag ich diese Art von Stellung. Natürlich ist hier noch nichts passiert, ja, alles ausüglichen, natürlich. Weiß spielt E2, E3 und Schwarz besetzt das Zentrum mit D7, D5. Sehr gut. Und hier gibt es zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Weiß könnte mit Läufer E2 und der kurzen Rochade sofort den König aus dem Zentrum bringen, was auch völlig in Ordnung ist. Oder er sagt, okay, ich spiele erst C4 und nehme den Bauern auf D5 weg. Und mache dann die Läufer E2 kurze Rochade. Und gibt es beides, ist auch nur eine Geschmackssache, was man spielen möchte. Turm E8 geht auf die Mitte drauf. Der wird getauscht. Jetzt muss man natürlich, man muss hier als Schwarz natürlich auch jetzt keine großen Sorgen haben, ja, wenn wir Turm E8 spielen. Kleine Variante, dass dieser Bauer hier weg sein könnte. Durch Läufer F6. Und dann ist dieser Bauer weg, weil er am Ende der Turm hier hängt. Okay, das war kein Problem. Und nach dem Tauschen, Sprenger schlechte E5. Ja, wir haben alle Figuren draußen. Der Läufer kann hier auch im Grunde frei kommen. Und wir haben eine sehr, sehr angenehme, einfache, zu spielende Stellung. Auch immer noch sind wir im Ausgleichsbereich, gar keine Frage. Aber ich finde, die Stellung ist leicht zu spielen, weil ich keine verknoteten Situationen habe. So, und Weiß spielt Läufer E2 und möchte jetzt einfach die kurze Rochade machen. Und jetzt kommt hier Schwarz mit einem Zug um die Ecke. Ihr könnt ja hier mal gerne reinschauen, was ihr hier spielen würdet. Und ich glaube, hier würde, naja, so vieles, ja. Es gibt hier so unglaublich viele Züge, die hier schon gespielt wurden. Der Läufer nach G4 wurde hier schon gespielt. Läufer F5 wurde schon gespielt. Die Dame nach D6 oder E7 wurde schon gespielt. Selbst der Rückzug des Läufers, den ich nicht so richtig verstehe, aber, ja, vielleicht will er sich dann nicht gegen vier und kettieren oder so. Es wurde schon so, so viel gespielt. Aber erst zweimal kam der Zug Turmschlägt E3 aufs Brett. Wow. Natürlich, da muss man natürlich erstmal Fantasie haben, um da drauf zu kommen. Wir denken immer dran, wir sind im Jahre 1980 oder vielleicht mittlerweile zwei, drei Jahre später. Ja, weiß man ja nicht, wann die Partie zu Ende ist und so. Also, aber überhaupt auf die Fantasie zu kommen, diesen Zug in Erwägung zu ziehen, Respekt. Denn der Turm wird geschlagen und wir schlagen. Wir haben jetzt materiell zwei Bauern für den Turm. Boah, das ist aber erstmal relativ wenig. Dafür, klar, wir haben ein Tempo auf die Dame und vor allem der König kann nicht zur Hochhade kommen. Das heißt, dieser König, das wird ein wichtiger Faktor werden in dieser Partie. Zunächst mal muss die Dame wegziehen. Die geht nach A4. Alles gut. Schön weit weg, damit sie nicht irgendwo wieder angegriffen werden kann. Ähm. Halt, stopp. Falscher Fehler. Es kam Dame B3. Ähm. Um den E3 anzugreifen. Dame A4 wäre auch noch eine Option gewesen, ja. Jetzt kann sie halt nicht so schnell angegriffen werden. Aber sie kann halt über D7, dann kommt demnächst vielleicht ein Abzug. Also, so richtig sicher steht auch die Dame nirgendwo. Und deswegen ging die in der Partie, ging die nach B3, um den E7-Gag zu halten. So, und jetzt ist ja schwarz dran und kann überlegen, okay, ich könnte hier auf G2 schlagen. Und das wäre auch ein guter Zug, ja. Ähm. Es kam in der Partie Dame E7. Wir schauen mal, was hätte passieren können. Und dann kriegen wir mal so einen ganz kleinen Eindruck davon, wie kompliziert diese Varianten sind, äh, dieses Turmopfer, ja. Äh, es geht nicht so sehr um das Material, sondern mehr um Aktivität der Figuren, schlechte Königssicherheit des Gegners, vor allem die, ne. Und, ja, weiß musste ich ja schon, schon überlegen, wo gehe ich mit dem König überhaupt hin? Gehe ich nach F1, ja, verschenke ich vielleicht schon mal Tempi, dass der Läufer hier hinkommen kann, mit, äh, Abzugsdrohungen, ja. Und, äh, ihr seht, der König wird gejagt, und gejagt, und gejagt, und selbst unter Opfer wird er immer weiter gejagt. Und noch ein Schach, und noch ein Schach, und hier noch ein Schach, und dann, ihr sammert. War natürlich jetzt nur exemplarisch, ja, und weiß hat auch, äh, diesen einen Zug verloren, dass er nach König F1 gegangen ist. Soll aber mal exemplarisch dafür dienen, äh, dass der König hier durchaus in Gefahr ist. Er könnte nach Sprunger G2 natürlich auch direkt hier nach, äh, äh, F2 gehen. Und zum Beispiel, wenn Dame E7 kommt, was den, den E2, äh, angreift, damit der G2 halt nicht einfach auch nur so weg ist. Und nach Sprunger C3, was eine Figur entwickelt, den Läufer deckt, der Türme verbindet, Läufer E6 mit Tempo. Und Sprunger H4, einer der Schlüsselzüge, um den F3 zu entfernen. Denn, wenn der Sprunger F3 entfernt ist, könnte hier die Dame nach H4 mit Schach und so weiter kommen. Und nur um mal zu demonstrieren, dass auch diese Stellung, die ist, ähm, selbst mit den modernen Engines ist die 0,0, ja, also dynamischer Ausgleich sozusagen. Nur um mal zu zeigen, was, was drohen könnte und wie schnell, also wie dünn das Eis jetzt auf dem Weiß sich bewegt, ja, wenn Weiß hier auf H4 schlägt oder Schlügel, ja, dann zack, zack und dann wird der König schon gejagt und da bleibt nicht mehr, nicht mehr viel Luft, ja, und dann ist dann wieder matt. Ihr seht, wie dünn das Eis ist, ja, und deswegen wäre Sprunger G2 hier sicherlich auch eine gute Alternative gewesen. Es kam, aber Dame E7, okay. Und jetzt, wir müssen die Medaille oder die Münze auch mal umdrehen. Was denn aus weißer Sicht? Ähm, aus weißer Sicht, oh, bin ich ja erstmal froh, dass dieser G2-Bauer jetzt nicht hängt. Jetzt habe ich ja theoretisch die Chance, mit Schwarz, äh, mit Weiß diesen Bauern zu decken. Ich könnte auch aus dieser nervigen Fesselung auf dieser Diagonale rausgehen und, ähm, König F2 spielen. Und das ist auch der Partiezug. Und jetzt sagt man sich, okay, dann kriegst du den Bauern halt nicht. Wir schauen mal. Es hat sich in der, in der Nachanalyse herausgestellt, dass hier der Zug Springer E5 tatsächlich der beste Zug gewesen wäre. Das unterbricht so ein bisschen die E-Linie. Das heißt, jetzt hängt dieser Springer auf E3. Und die Idee ist auf Springer G2. Dann geht der König nach D1. Springer schlechter E5. Scheint auf den ersten Blick nur ein Figurenopfer von weiß zu sein. Aber nein, jetzt kommt die Idee. Dame G3. Doppelangriff auf zwei Figuren. Und wenn der eine gedeckt wird, dann folgt Turm G1. Und dann sehen wir das weiße Gegenspiel. Auf dieser Diagonale, auf der G-Linie. Auch diese Diagonale ist ja jetzt schon geschwächt worden. Vielleicht kommt der Läufer mal da irgendwann hin. Äh, dann auf einmal spielt weiß hier. Äh, gegen den Schwarzen König. Sehr, sehr interessant. Aber, boah, das, das zu sehen, das zu berechnen, ist schon schwer, ja. Hat der weiß Spieler in der Partie nicht geschafft. Und König G2 gespielt. So, zack. Jetzt hängt der Springer wirklich. Der zieht er weg mit Schach. Okay, der König muss hier auch an diesem, ähm, Läufer dranbleiben, ja. Also hier rauslaufen würde ja schon, schon, entweder ist der Läufer weg. Vor allem, wenn der König hier rausgeht, ja, der kommt ja nie wieder zurück. Ja, der Springer kontrolliert das Feld ja. Äh, dann kommen hier Schachs ohne Ende, damit der König mit Sicherheit schnell erledigt werden. Also muss der König irgendwo nach G1 oder F1 oder sonst wo hingehen, um, ähm, ja, zurückgehen. Ja, und der bleibt natürlich auf F1, um an dem Läufer dran zu bleiben. Okay. Schwarz entwickelt die nächste Figur, wieder mit Tempo. Wo geht die Dame hin? Die geht nach A4. Okay, und jetzt? Ah, ist, wir haben immer noch den Turm weniger. Haben auch nur zwei Bauern, in Anführungsstrichen, weniger. Aber, der König steht, wie gesagt, unsicher. Der Turm, der Turm natürlich auch. Die Schwarz, also die weißen Figuren spielen noch nicht so richtig mit. Das heißt, Schwarz muss am Drücker bleiben. Der muss die Initiative aufrechterhalten. Er muss Drohungen aufstellen, den Weißen beschäftigen. Damit er eben nicht zur Rochade kommt und nicht zur Koordination kommt. Aber wie mache ich das? Und, er hat gespielt, Turm A8. Gute Idee, den anderen Turm noch, ja. Der Turm A8 war ja noch unten, äh, war noch nicht auf der Party dabei. Der spielt jetzt auch mit. Jetzt haben wir hier entlang der E-Linie schon die ersten Drohungen. Eine weitere Alternative, können wir mal schauen, wäre vielleicht der Zugläufer C4 gewesen. Auch super interessant. Ich habe mal die ganz konkrete Drohung, ich drohe auf E2, ja, respektive mit der Dame natürlich. Aber momentan, hängt der nicht. Der hängt, aber dann würde da mit C5 kommen und jetzt drohe ich Matt auf F2 und der Läufer hängt wieder. Also ein getarnter Doppelangriff sozusagen. Weiß gibt die Figur zurück, nimmt den Bauern noch mit, okay. Und verstopft jetzt diese Diagonale, um das Matt abzuwehren. Und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, hier muss man mit Schwarz jetzt noch einen guten Zug finden. Turm F8. Was einfach einen Abzug, also mit dem König irgendwo hinlaufen, ne. Opsa. G6, G8, wohin auch immer. Abzugsschacht geben. Diese Diagonale, na, wenn ich mal nicht schielen würde. Diese Diagonale gegen den weißen König. Wenn wir zum Beispiel aber jetzt hier einfach nur die Figur nehmen, weil nach dem Motto, oh, da hängt nur eine Figur. Dann müssten wir hier mit Dame D7 rechnen. Auf einmal hängt der G4 und der ganze Angriff wäre so ein bisschen ins Stocken geraten. Und deswegen nach, nach Turm F8, ja, haben wir nicht viel Auswahl. Dame B5, versucht einen Damentausch. Wir geben Abzugsschach. Und jetzt schlagen wir den Springer tatsächlich. Denn nach dem Damentausch ist der D4 ja wieder gedeckt. Und jetzt sehen wir, wir haben zwar eine Qualität weniger, aber wir haben hier ein Paradies für Springer, Springergabeln, Drohnen, links und rechts und überall. Zum Beispiel jetzt hier auf C2. Der König könnte nie nach D1 gehen wegen dieser Gabel. Und auf Springer A3 können wir nach F2 gehen, den Turm auf H1 angreifen und gleichzeitig die Gabel auf D3 gegen den Läufer noch drohen. Und hier hat weiß nicht mehr für Auswahl. Er kann sich so gerade noch retten, indem er jetzt die Qualität zurückgibt. Die Türme sind verbunden. Schwarz nimmt die Qualität zurück. Weiß hat einen Bau und weniger. Also Schwarz hat schon einen mehr. Der Läufer ist natürlich besser als der Springer, weil das Feld offen ist. Und der Turm kann eindringen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr fantastisch gute Stellung für Schwarz. Und das nach dem Turmopfer. Aber wir wissen oft, oder man sollte sich das vielleicht merken, nicht jedes Opfer führt immer nur zwingend zum Mann. Sondern ganz oft ist es auch so, dass diese Opfer dazu führen, dass man in guten Endspielen landet. Weil weiß das Material zurückgeben muss und dann landet man in guten Endspielen. So kann ich den Hinterkopf schon mal merken. Okay, aber in der Partie folgte ja Turm e8. Was aber auch ein guter Zug ist. Aber an diesen Varianten seht ihr mal schon, wie kompliziert das schon ist. Das Damokless-Schwert hängt bereits über dem Weißen. Der entwickelt sich. Okay, deckt den E2. Man bringt den Turm mal so ein bisschen ins Spiel. Aber weiß, aber vielmehr Schwarz ist am Zug. Die Initiative ist wichtig. Und es folgt Läufer D5. Hey, die Witzker. So, zunächst einmal wird die E-Linie freigemacht. Das heißt, so Züge wie Läufer schlecht C3 und dann hängt der E2, liegen schon in der Luft. Der Springer selber kann natürlich diesen Läufer auch nicht schlagen, weil der E2 dann sofort hängt. Wir müssen also irgendwie den E2 gedeckt halten aus weißer Sicht. Und weiß versuchte das mit Dame B5. Auch hier können wir uns mal wieder eine Variante anschauen, wie das Spiel weitergehen könnte nach Turm e1. Ja, sieht gut aus. Der ist gedeckt, der Springer deckte auch den Turm. Aber wir können jetzt hier auf F3 schlagen. Das war die Idee von dem Läufer D5-Zug. Jetzt kann der Läufer eben nicht schlagen, weil Turm e1 matt ist. Und nach G mal F kommt Dame H4. Jetzt droht einfach konkret matt auf F2. Und wenn ich den schlage, ja, dann sehen wir, alle Linien gegen den König sind offen. Auch diese Diagonale, wir dürfen den Läufer nicht vergessen. Da ist schon nicht mehr viel Platz für den König. Und der wird hier gleich erlegt. Respektive weiß wird irgendwann hier gleich noch die Dame opfern müssen. Kann auch schon nicht die Lösung sein. Und von daher der Zug Dame B5, um den zu lenken. Okay. Zunächst einmal schlagen wir jetzt hier den C3 weg. Denn das ist ja einer der Verteidiger von E2. Schlecht zurück. Und jetzt müssen wir nur noch die Dame von B4 oder von B5 ablenken. Von dieser Diagonale von dem Läufer. So, fangen wir mal mit A6 an. Die Dame muss den gedeckt halten. Läufer E4. Greifen wir den wieder an. Die Dame kann schon fast nicht mehr wegziehen. Es kam Läufer B4. Wir schauen mal, was passiert, wenn die Dame jetzt nach C4 geht. Dann kriegt sie eben einen Tritt mit B5. Und jetzt kann sie den hier nicht mehr gedeckt halten. Zum Beispiel Dame B3. Eines der wenigen Felder, was sie überhaupt noch hat. Und jetzt den schönen Zug. Wenn wir jetzt hier mit dem Läufer angreifen, könnte die Dame nach D1 gehen noch. Den versuchen wieder zu decken. Aber der Shotcut Läufer C2. Und greift den E2 an. Die Dame kommt nicht mehr dazu, den zu decken. Und ja. Dann nach dem Schlagen zum Beispiel. Ist dann dieses Matt unabwendbar. Wow. Ihr seht. Nach Läufer E4. Die Luft wird langsam dünner für Weiß. Und er hat auch keine Felder mehr. Er hat sich überlegt, ich könnte hier mit Läufer B4 versuchen, einen Gegenangriff gegen die Dame zu machen und mir hier irgendwie Platz auf der dritten Reihe schaffen. Aber ihr seht schon, ja, weil wir mit unserer Initiative so stark sind, ja, bekommen wir sozusagen die gebratenen Tauben schon ins Maul geflogen. Wir können natürlich hier erstmal diesen Springer nehmen, den Läufer schlagen, Dame angreifen. Die Dame muss wegziehen. Okay. Und jetzt haben wir nur noch eine Qualität weniger. Sogar zwei Bauern schon dafür. Also ist schon mal halb so schlimm nur noch. Aber wir drohen vielleicht Gabeln auf C2. Könnten wir machen. Aber dann würden wir Dame-Tausch von Weiß erlauben und dann könnte der Turm sich retten und dann hätten wir vielleicht gar nichts gewonnen. Okay. Das muss was Besseres geben. Und das gibt es auch. Und Schwarz spielt den schönen Zug. Läufer D3. Wieder ist dieser E2 angegriffen. Die Dame kann natürlich nicht schlagen. Und ja, der Läufer auf E2 ist jetzt dreimal angegriffen. Der kann also gar nicht mehr gedeckt werden. Er muss also hier schlagen. Dadurch, und das ist jetzt die Idee, für diejenigen, die sich jetzt fragen, Moment, E1 ist keine Drohung, E2 ist keine Drohung, was ist denn hier die Idee? Wir sehen den D2, der ist jetzt blockiert von dem eigenen Läufer. Und jetzt kann ich die Dame nach C5 spielen und auf F2-Matt drohen und Weiß kann nicht mehr D2-D4 spielen, zur Verteidigung. Er kann diesen Läufer nur noch wieder zurückgeben. Okay. Jetzt hat er den Bauern gewonnen, in Anführungsstrichen. Aber unsere Dame ist natürlich super aktiv. Droht hier. D2-D4. Und dann bindet diese Diagonale. Schwächt aber die zweite Reihe. Ist ja ähnlich wie bei F2, F3, ja. Never play F3. Die zweite Reihe ist aber mal super hoffen. Wieder Drohung-Matt. Und jetzt habe ich schon Schwierigkeiten, das überhaupt noch zu decken. Einen Schacht kann ich noch geben. Der König geht raus, greift den Springer an. Und Dame G3. Greift dieses Matt, greift den Springer an. Dass vielleicht, wenn auf König G5 dann nochmal irgendwie H3 Ideen vielleicht kommen könnten oder so. Problem ist, es folgt damit C4. Und wir sehen, der Turm versperrt die E-Linie. Das F2-Feld ist weg. Und Weiß hat ein Problem. Er hat nämlich nur noch König G1. Und dann fällt der hier auch mit Schach hin. Und dann fällt der A1 mit Schach. Der König kann immer noch nicht raus. Und dann ist er schnell matt. Und deswegen hat der Schwarze nach Dame C4 auch aufgegeben. Also ich fand die Partie fantastisch. Wir haben gesehen, wie kreativ die Spieler 1980 schon waren. Ohne Computer. Und wie viel man berechnen muss. Und was Initiative, Stellungsgefühl so ausmachen kann. Deswegen war ich hoch begeistert von der Partie. Und wollte euch die unbedingt zeigen. So, dann sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal.